Wir haben recht, wir sind jetzt am Ende der Legislatur und man kann aber wirklich sagen, pflegepolitisch war diese große Koalition also ein Erfolg. Wir haben diese drei von Ihnen benannten Pflegestärkungsgesetze also umgesetzt. Wir haben auch das Pflegezeitgesetz und das Familienpflegezeitgesetz umgesetzt und haben damit wesentliche Leistungsverbesserungen sowohl für die pflegebedürftigen Menschen, die Angehörigen als auch die Beschäftigten auf den Weg gebracht. Zum Beispiel haben wir ja die Leistungsdynamisierung vorgenommen. Wir haben dafür gesorgt, dass eine bessere Bezahlung für die Beschäftigten vorgenommen wird. Wir haben uns dem PflegetÜV, also der Qualitätssicherung in der Pflege, angenommen. Wir haben eine Reform der Pflegedokumentation vorgenommen, was von den Beschäftigten also sehr wahrgenommen wird. Und wir haben vor allen Dingen ja auch den Pflegebedürftigkeitsbegriff reformiert und damit endlich nach über 20, 25-jähriger Diskussion die Gleichberechtigung von psychischer, von kognitiver und von körperlicher Beeinträchtigung als Ursache für Pflegebedürftigkeit hergestellt. Das war alles gut. Gut auch, dass wir uns der Situation der pflegenden Angehörigen zugewandt haben, weil das Thema Vereinbarkeit zwischen Beruf, Familie, auch im Hinblick gegebenenfalls auf eigene Kinder und Pflege wird natürlich in Zukunft häufiger werden. Wir wissen, dass auch zunehmend mehr Männer, also aktiv in die Angehörigenpflege einsteigen, allerdings zumeist erst dann, wenn sie das Pensionsalter bereits ereilt haben. Für die Frauen ist es eher schon eine Frage ab 50 plus. Somit stellt sich hier auch nochmal tatsächlich die Frage nach dem eigenen Einkommen und nach der Rentenvorsorge ganz anders. Hier haben wir erste Schritte getan, um in die Rentenzahlung, einer Rentenzahlung vorzunehmen und gegebenenfalls auch in die Arbeitslosenversicherung einzuzahlen. Jetzt will ich aber auch noch zu dem, nach den vier großen Reformen kommen, die uns gelungen sind und worauf ich auch wirklich stolz in unser aller Namen bin, auf das kommen, was noch nicht gelungen ist. Und ich sage mal ein wenig salopp, wo wir uns als Fachpolitiker und Politikerinnen noch streiten wie die Kesselflicker. Das ist das Pflegeberufereformgesetz. Das hart immer noch der Entscheidung und wartet jetzt darauf, dass es eine Entscheidung im Koalitionsausschuss gibt. Sie kennen den Spruch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Selbstverständlich erwarte ich und gehe auch davon aus, dass wir noch in dieser Legislatur das Pflegeberufereformgesetz umsetzen. Dieses ist Bestandteil der Koalitionsvereinbarungen gewesen. Es ist ja auch alles relativ zügig gelaufen bis vergangenen Sommer. Es liegt halt jetzt nur dummerweise Dreivierteljahr schon so. Und es ist ja auch nicht so, dass die gesamte CSU, die gesamte CDU, nun plötzlich zu den Blockierern gehört, sondern nur ein Teil. Der Gesetzentwurf wurde von zwei Häusern eingebracht. Einerseits von Manuela Schwesig, SPD, aber auch von Hermann Gröhe, CDU und Gesundheitsminister. Und es gibt auch viele Unterstützer und Stützerinnen. Dieses Reformgesetz ist auch dringendst nötig, zum einen für das Handlungsfeld, also Pflege selbst. Wir brauchen zunehmend mehr eine lebensphasenunabhängige Ausbildung. Wir brauchen auch zunehmend mehr einen Anschluss an Europa und auch an das außereuropäische Ausland. Wir müssen es aber auch tun aus berufspolitischen Gründen. Es ist, wenn wir von gleichwertiger Arbeit sprechen, können wir nicht im Bereich der Pflege von einem Drei-Säulen-Modell. Da brauchen wir eine Vereinheitlichung. Wir brauchen mehr Durchlässigkeit, auch im bildungspolitischen Sinne. Wir brauchen dadurch auch mehr Wertschätzung und vor allen Dingen mehr Bezahlung, mehr Lohn. Auch Frauenfachkräfte in Care-Berufen leben nicht von Luft und Liebe allein, sondern schlicht und ergreifend auch von ihrem Einkommen. Wir brauchen auch die Umsetzung dessen, was in der Bund-Länder-Kommission ja festgelegt worden ist, nämlich die Finanzierungsreform. Wenn es zu keiner generalistischen Pflegereform kommt, was ich nicht hoffe, dann ist die angedachte Finanzierung und damit die bundesweite Abschaffung von Schulgeld, die Einführung von gleichbleibenden Ausbildungstarifen, alles obsolet. Genauso gut Verbesserungen, also dann auch hinsichtlich der Praxisanleiter und Leiterinnen. Wir tun also dem Berufsfeld Pflege keinen Dienst, wenn wir es nicht mehr schaffen, diese Reform auf den Weg zu tun. Und ein Letztes zu diesem Thema. Es geht mir selbstverständlich auch um die Situation derjenigen, die in der Branche Pflege nicht nur Fuß fassen wollen, sondern ihr Leben lang auch hoffentlich dort arbeiten. Es geht mir aber im Kern auch um die Versorgungssicherheit der Patienten und der Patientinnen und der Pflegebedürftigen. Es gibt genügend Untersuchungen bis hin ja zur Mortalitätsrate, also zur Todesrate, dass die Ausbildung, dass Qualität der Pflege tatsächlich auch etwas mit dem Überleben in manchen Situationen zu tun hat. Deswegen nochmal, wir brauchen diese Pflegeberufsreform und ich hoffe, dass die Union ihre Blockade aufgibt. Wir fordern ja als Sozialdemokratie seit langem gleicher Lohn für gleiche und für gleichwertige Arbeit. Faktum ist, dass sämtliche Care-Berufe, die im Gesundheitswesen, die im Pflegewesen, im Bereich der Erziehung, die im Bereich des Sozialen schlechter bezahlt werden als Berufe in der Wirtschaft, wo ich auch eine dreijährige Ausbildung für brauche. Diese Ungerechtigkeit müssen wir beheben. Nicht umsonst beklagen wir den Gender Pay Gap, die Lohnlücke von 21 Prozent innerhalb der Frauen. Kommen wir zurück zum Bereich Pflege und Pflegeberufe. Es ist unrealistisch, dass es eine Eingleichung nach unten gibt. Das ist auch ehrlich gesagt in keinster Weise meine politische Intention, denn wir brauchen eine höhere Wertschätzung und die macht sich in unseren Gesellschaftsstrukturen auch in der Höhe des Gehaltes deutlich. Wir haben aber ja auch nicht nur Lücken zwischen den Branchen oder zwischen den Berufen der Altenpflege und der Krankenpflege. Wir haben ja auch riesige Gehaltslücken innerhalb der Altenpflege zum Beispiel selbst. Die liegen ja teilweise bis zu 1000 Euro im Monat. Wir haben hier viel unfreiwillige Teilzeitarbeit. Hier ist also viel, viel, viel zu tun, um normale sozialversicherungsrichtige Jobs zu kreieren, die hinterher auch zu einer auskömmlichen Rente führen. Das ist auch ein Stück der Intention, die ich mit dieser Reform verfolge. Es ist richtig, wir geben mit dem Pflegestärkungsgesetz 3, also den Kommunen, weitaus mehr Planungs- und auch Steuerungsaufgaben und auch eine größere Verantwortung. Das ist auch richtig so. Gepflegt wird ja nicht von Menschen, die von der Bundesebene dann in die jeweilige Häuslichkeit gehen, sondern gepflegt wird von dem lokalen Anbieter vor Ort, der hoffentlich wohnortnah auch angesiedelt ist. Deswegen, wir brauchen in jeder Kommune eine Pflegeinfrastruktur, die ihren Namen auch verdient. Noch sind wir aber nicht so weit, dass jede Infrastruktur schon inklusive Beratungsstrukturen hat, um eine Beratungsstruktur wie aus einer Hand vorzunehmen. Noch lerne ich viel zu viele Menschen kennen, die mir sagen, sie wissen überhaupt nicht, dass es in den Kommunen zum Beispiel Pflegestützpunkte gibt. Pflegestützpunkte haben wir extra eingerichtet, damit es eine wertneutrale, eine unabhängige Pflegeberatung gibt. Und die meisten Bürger und Bürgerinnen wissen nicht, sie haben sogar einen gesetzlichen Anspruch auf Beratung. Das ist also nichts Zusätzliches, das ist ihr Recht. Und damit das Ganze auch bekannter wird, wollen wir im Rahmen von 60 Modellprogrammen bundesweit, gerade diesen Bereich der Pflegeberatung, wollen wir verschiedenste Modellprogramme auf den Weg bringen. Wir wollen diese dann untersuchen, wir wollen diese dann evaluieren, damit wir an eine qualitativ hochwertige Beratung kommen. Denn machen wir uns nichts vor. Je mehr auch differenziertere Leistungsverbesserungen wir auf den Weg bringen, der Bürger und die Bürgerin aber nichts davon weiß, desto schwieriger ist hinterher dann die Umsetzung auch, wenn tatsächlich die Situation der Flügelbedürftigkeit für sich selbst oder für Angehörige da ist. Deswegen brauchen wir wertneutrale, unabhängige, qualifizierte Beratungsstrukturen. Und dafür sind die Kommunen sehr gut geeignet. Und dafür sind die Kommunen sehr gut geeignet.